Oh, ich könnte den einen Stack noch füllen. Ich könnte noch viel mehr Eisen mitnehmen. Wir brauchen unbedingt irgendwie so Ender-Pand. Ne, das bringt auch nichts. Wir könnten den Ender-Storage-Mod benutzen, dann kann der eine die Truhe von da ausfüllen. Es gibt nämlich auch so ein Ender-Backpack, da kann man halt mit einem Item Augen... Ender-Augen, wohlgemerkt. Nicht Ender. So, ich bin jetzt gerade in einer Mindshift. Ich glaube schon, ja. Nö, wieso? Ja, natürlich, aber... Wir werden dann auch mal ein bisschen Obsidian fahren, weil Obsidian-Tools sind einfach Beste. Ganz einfach. Ja, mach alles aus, Rabbi. Wir haben genug, Rabbi. Hä? Hä? Was? Was? Ich verstehe nicht. So, ich gehe jetzt wieder aus dieser scheiß Mindshift raus. Raus. Und da haben wir wieder das Rabbi. Guck mal, wie sich der Block da drin dreht. Die Schiene sieht cool aus, wenn die auf dem Boden liegt. Boah, die sieht richtig cool aus. Ja. Das ist schlecht. Eins in der... Es müsste noch eins in der Truhe liegen, weil wir haben doch eins... Ach nee, du bist ja gestorben. Du könntest ja auch eine Box machen. Du kannst ja auch eine Box machen. Ja. Kannst du aus Rottenflash. Ja. Stimmt, aber die ist ein bisschen händlicher. Das aktiviert sich irgendwie nicht. Ah doch. Du musst O klicken. Egal. Ich kann dir sagen, das NDI-Scheiße startet manchmal nicht. Soll ich dir das Crafting-Rezept sagen? Wie es funktioniert? Ähm, einfach Rottenflash gefüllt, nur in der Mitte ist ein String. Alles mit Rottenflash und nur in der Mitte ist ein String. Nein, so kriegt man Leder. Nein, aus diesem Leder kannst du Backpack machen. Wieso? Kein Rottenflash oder was? Hallo. War auch nicht gegen euch gerichtet. Nein, vielleicht doch. Tja. Tut mir leid. Kannst ja mir helfen, Tyolin zu finden, dann komme ich hier mit ein paar Stacks näher. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Musik in den Hintergrund schalten, da es hier gerade so langweilig ist. Mach nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Weil ich wette, ich wette, wir müssen, nach der Folge höre ich dann die Musik an, um das zu kompensieren, ja. Ähm, Alter, beim Krawi... Ich will jetzt einfach nur ein, zwei Scheiß zu dir haben. Ich sag dir so, ab Folge 100, so ein Turin. Denkst du dir, ja geil, da müssen noch zwei drin sein. Nein. Es ist ein einziger. So. Danke. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen tiefer. Bruch. Ich... Du bist so hässlich, ich schaue dich extra deswegen nicht an. Guck mal, wie sozial ich bin. Ich muss mal nicht auf den Arm nehmen. Ich hasse es. Oh, ist er gerade explodiert. Was ist das? Das ist ein geiler Zufall. Weißt du, dass ich es nicht so cool finde? Dass ich kein Turin finde. Und ich... Und ich tue jetzt schon die ganze Zeit Stripmine und ich finde nicht. Aber ich finde es richtig... Ich liebe meine Itemphysik, wenn du so... Die ganze Zeit irgendwo Item liegen lässt. Besonders Schienen sehen am Boden richtig cool aus. Ach nee, Spark of Phoenix macht das ja in 3er Abständen. Na gut, das mache ich jetzt auch mal. Ne, zwei sind nicht unnötig. Zwei ist eigentlich die Regel. Aber bei zwei ist es halt... Es ist meistens so, dass es mindestens zwei bereit ist. Weißt du? Ich gehe nach einer unsichtbaren Höhle. Und ich wette genau... Und wenn man da so danach mal so Turin nachguckt, ist es genau da, wo ich nicht gebuddelt habe, immer so genau ein Block daneben. Die war so an 100 Stellen. Da war doch Turin. Ich hoffe, dass ich Turin irgendwie so neben Diamanten finde. Ach guck mal, da ist Turin. Ach, auch Diamanten. Hm. Pam. Geil. StripMind ist eigentlich nicht so toll Viel geschickter ist es in die Höhle zu gehen So, ich sehe da schon was auf mich zukommen Wir machen mal kurz einen Cut, bis gleich Hallo Willkommen zur weiteren Aufnahme Von The Stranded Survivors Ich werde das Ganze etwas ernster moderieren Weil hier im Hintergrund so ernste Musik Ist Die ziemlich unheimlich ist Ich kotze Geil Ninja Auf Mannschaft Mannschaft Achja Jungen, hier neben mir habe ich so 10.000 Oh, ich habe einen Blitz gehört Ich habe einen Blitz gehört Hast du ihn auch gehört? Ich Ich Ach, naja, ich hatte halt Blähungen, ne? Wieso höre ich auf meinem rechten Ohr so viele Zombies? Die müssen noch da sein Wo sind die Zombies? Ich kenne Ich finde es cool, dass ich ein Headset aufwärts kann, ich das Surround-System ein bisschen besser erfassen Und ich höre immer auf dem rechten Ohr Zombies Wieso finde ich da aber keine Zombies? Die sind da ganz in der Nähe Ganz nah Ganz ehrlich, wo sind die? Oh, da Oh nein, da ist ein Spawner Oh fuck, es ist krass Oh fuck Geil, 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 geil Nein, nein Ich habe gar nicht, ich habe gar nicht auf mein Ich Spawner mit keiner Kiste Geil, ich hatte jetzt schon wieder Ich habe drei Rotten Flash ohne Hungereffekt gekriegt Was? 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 Nein So ein Scheiß Jetzt stehen bei mir die ganzen Leichen im Gang Und ich komme nicht weiter Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Komm, stirb, 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 stirb Level 35 nebenbei Junge Der ganze Junge Weißt du, wie behindert das Alter Weißt du, wie behindert das richtig behindert ist? Weil wir sind die ganzen Zombies im Weg Die ganzen Leichen Ich komme nicht durch Fuck Ich komme da kaum durch, warte Disconnecten Reconnecten Alter, diese Musik Oh nein Und scheiße Und jetzt sind Ich war gerade kurz davor Deinen Spawner zu zerstören Da sind drei neue Zombies gespawnt Oh, so ein Scheiß Und ich weiß nicht, ob ich diesen Spawner jemals finden werde Oh Junge Downloading, was für ein Scheißlinge, deshalb war es so lahm Ach übrigens, das ist jetzt, wie immer, die Musik unserer, ähm, die Anfangsmusik unserer Serie Damit hat die Serie angefangen Bei mir bleiben die Zombies stehen Nein 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 F3 Screenshot Nein Das kann nicht sein Ich sehe nichts davon Ich teleportiere mich an die Stelle zurück, das finde ich unfair Achso Achso Ich verstehe Die wollen mich doch alle abmachen Ich connecte Und sterbe Geil So, ich habe mir die, ähm, ich habe einen Screenshot von der Stelle gemacht, wo ich gestorben bin Ähm, es tut mir leid, das muss ich Was? Ich? Oh ja, ne, wir sind, nichts für uns Bin ich gerade wirklich schon wieder gestorben? Oh, ich höre, äh, warte So, warte, dann klicke ich jetzt mal auf Game Mode 1 So, ich habe mir jetzt Game Mode gegeben So Ich muss mich beeilen, meine Items So, welchen vier hatte ich denn? Hey, ich bin doch Game Mode Ah, so ein Scheiß So, TP 3, 4, 0 Alter, warte, ich muss jetzt erstmal in meine Scheißhöhle rein So 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 Ich muss mein ganzes Zeug kennen Ach, fuck In Creative Mode sammelt man ja alles ein Alter, diese Musik Ich finde nicht Ich finde, das ist ein Part von Minecraft Weiß wie bitter das war Also in der Aufnahme werden jetzt Ähm, die Leute, die die Aufnahme gesehen haben Also, also alle außer Jusia Ähm, die werden das gesehen haben, wie bitter das war Dass ich einfach nichts gesehen habe und plötzlich tot war Also, es waren gar keine Anzeichen da, dafür, dass ich sterben könnte Na gut, es waren schon gewisse Anzeichen da Aber eigentlich habe ich mich relativ zurückgehalten Oh, fuck Oh, fuck Oh, Gravel Wie viel Gravel habe ich denn? Und über einen Stack Alter, diese Musik Diese Musik Ich zucke hier gerade Thaumium, ho Brauche ich nicht Oh, da ist ein Da ist ein Lavasee Fuck Und da ist ein Zombie Wasser, Wasser Okay Okay Die ganze Hülle nimmt durch die Musik einen ganz anderen Ton an Ganz ehrlich Das ist krass Ich habe